Hallihallo meine lieben Turnfreunde und willkommen zu einem neuen Video meiner Turnwelt. Wir sind in Schmiedefeld, das liegt in Thüringen. Und Thüringen ist das Bundesland mit der größten Grünfläche. Und viele denken ja immer, der Berg ist voll öde und voll langweilig und sie verweiteren jetzt das Gegenteil. Was ist das denn? Tada! Ich stehe jetzt gerade vor meinem größten Alpraum. Ich glaube, ich zeige es euch jetzt mal. So, da seid ihr jetzt die Woche unterwegs. Dominik, stell dich mal hin. Nein, ich kann nicht mehr. Mann, ich schreibe es auf. Leute, ist noch nicht groß. Wir sind in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt im Zoo. Und jetzt gerade sind wir im Känguru-Gehege. Also, das ist noch eine Schmiede. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das war's für heute. Neue Sparfüchse, können wir nicht reinmachen. Hallo, wo geht die Nase? Jetzt sind wir im Affengehege, mal gucken, ob wir ein Aufgewand in den Weg läuft. Hallo! Hallo! Können wir jetzt weiter? Der denkt er sich gerade auf. Oh, was macht der? Ich glaube, der kommt runter. Oh, das ist ja auch gut. Oh mein Gott! 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 Die Musik ist friedlich, aber das Feuer, das spürt man bis hier hinten am Rücken, ne? Wo mit uns die Wolken wandern, sind die Glocke? Habt ihr alle Rest auf Ball? Lampen! Okay, dann geht's los. Also die Musik ist so eindeutig besser. Wenn ihr die Hände macht, kommt dann. Die Musik ist so eindeutig. Aber sie hat sich so geheimlich geheimd. Will es das Reindeutig? Wundervolln Leute, das ist mein Flügelenklieb... Ich bleib auf! Wow, das ist so cool! Ja, ja. Es wird voll warm, wenn die Ballons glühen. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich voll erschrocken. So, das war es auch schon mit meinem Video. Die Ferien sind jetzt auch fast zu Ende und die Schule beginnt bald wieder. Ich freue mich riesig darauf. Und deswegen wollte ich nochmal drei Schul-Folgen von mir grüßen. Einmal die Lia Marie, hallo. Die Lina, auch hallo. Und die Leonie, hi. Ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr wie ich. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon mit meinem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.